Aber jetzt machen wir den Podcast quasi, ne? Genau, wir machen einfach den Podcast. Und die Grundprämisse von dem Podcast ist nämlich, dass ich das Wort Meteorologe nicht aussprechen kann. Das ist quasi, weißt du, wenn du das aussprechen kannst und weißt, dass man es mit drei O schreibt, Meteorologie, dann hast du einen ersten Abschnitt. Das habe ich früher immer gesagt. Nein, aber es ist, für die Griechen waren Meteore alles, was vom Himmel fällt. Also nicht nur die Meteore, die wir heute glauben, sondern wirklich alles. Also auch Regen, Eis, Schnee, also Hydro-Meteore sind das dann sozusagen. Und das wegen das Wort Meteorologie mit drei O. Mir taugt das globale Denken. Auf der anderen Seite wäre ich jeden Tag mit der Nase drauf gestoßen, wie schwer die Situation gerade ist. Und es fällt mir immer wieder schwer, positiv zu bleiben. Das ist das, was mir immer wieder sehr viel Kraft kostet, positiv zu bleiben. Das müssen wir aber alle.